Wer schafft es schneller eine Runde um den Sportplatz? Ich oder der E-Scooter. Kommentiert schon mal, was ihr glaubt, wer gewinnt. Drei, zwei, eins, los! Ich hab's erstmal gar nicht geschafft, mit dem E-Scooter zu fahren und dabei zu filmen. Christian ist gerade vor mir, er rennt. Und Christian konnte zu Beginn seinen Vorsprung ausbauen. Oh, shit, ist der schnell. Doch irgendwann lässt die Ausdauer nach. Eine Runde ist 400 Meter, Leute. Das meinte er zuvor. Glaubst du, du schaffst es? Ja, ich bin mir sicher, dass meine Beine mich auf jeden Fall schneller tragen als der E-Scooter. Nach einer halben Bahn wurde der Vorsprung immer, immer knapper. Und ich bin gespannt, wie es ihm gleich geht nach diesem Sprint. Okay, ich glaub, ich kann's schaffen. Nein, Christian, du bist so schnell, Digga. Es musste so kommen. Ich hab ihn aufgeholt und dann hab ich mich erstmal fast gemaucht. Allerdings hat Christian zu diesem Zeitpunkt bereits die eine Bahn geschafft. Und somit war er schneller als der E-Scooter. Du hast es einfach geschafft. Dafür abonnieren.